Ahoi ihr Lieben! Wie ihr vielleicht erkennen könnt, wir sind gerade auf der Gamescom. Die wurde hinter uns gerade eben politisch eröffnet. Es waren mehrere Politiker da, die Reden gehalten haben, unter anderem unser Vizeminister, der Robert Habeck war da, der Ministerpräsident von NRW, Hendrik Wüst war da und wir als Piraten. Wir saßen natürlich auch mitten im Publikum und haben uns mal so angehört, was denn die ganzen Forderungen sind, was so der Stand der Dinge bei der Games-Branche aktuell ist. Wir berichten jetzt die kommenden Tage einfach mal für euch hier live von der Gamescom, von unseren Eindrücken, von unseren Highlights auch vielleicht und seid gespannt, es wird mit Sicherheit interessant. Eindrücken